wir sagen vollenden wir jank ist oder auch nicht also ich bin zumindest im nächsten teil davon und zwar genau das es wird uns auch auf der karten gar nicht mehr angezeigt nicht gut Ich weiß, wie es ist. Ich habe auch eine Furina übrigens. Die auch ohne Items Damage macht. Das sieht ja kein einzigen Artefakt an, weil die macht Damage. Das ist echt unfassbar. Also der Charakter ist echt nehmbar. Ich sag dir, wenn man sie equipt, die ist crazy. Die ist unfassbar, crazy. Die ist unfassbar. Das kann ich mir nicht leisten. Hätte ich gerne, aber... ... 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